Die hintere Kamera ist nicht abgegangen, die ist ja auch nicht. Wahrscheinlich ist die jetzt leer. Das Öl geht aber schnell hoch. Das ist ein 0W30, sollte normalerweise schnell gehen. Ja, geht er doch. Wir sind jetzt schon über 80 Grad. Das zeige ich schon ganz gut. Aber ich finde es schon faszinierend, wie sauber der einlegt. Das muss ich dir echt sagen. Oh, der Paddy! Zweite E630 vorne, die kann ich noch nicht mehr. Das ist ein 0W30. 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 Das war jetzt schon gar... Sollte Hier haben wir jetzt gerade gehört, dass die Reifen doch noch ein bisschen kreisen. Aber klingt doch noch. Also ich finde von der Traktion, der ist doch schon sehr gut. Das Ding ist tatsächlich erstaunlich schnell, das hätte ich nicht gedacht. 406 ist das, ne? Der Flügel ist halt witzig, aber es geht auch ein bisschen vorwärts. Ich glaube, wenn der hart bremst, geht der Warnblinker automatisch. Dann freuen wir schon, wo er weiter macht. Na gut. Wie willst du hier überholen? Das ist ein bisschen schwierig. Aber siehst du, der hat schon Druck an der Kette, der Koffer. Aber dieses Fronttriebler-Typisch ist halt so lustig durch die Leistung. So lustig durch den Schlupfen, merkst du? Hier ist noch gut feucht, ne? Schaltige Ecke. Ja, ja. Oh, der hat hier irgendwo wahrscheinlich geblacht. Karussell muss ich mal kurz Fenster runter machen im Maribing. Mach ich immer. Aber das Ding fährt sich wirklich sauber. Also vom Gefühl her ist es schon echt top. Und der ist auch nicht zu hart, dass du sagst, der Wippel Tee bringt oder so. Und die Traktion hier zum Beispiel aus dieser Kurve, die ist einfach mega hart. Naja, für den Fronttriebler ist das brutal. Wo ist er denn? Ah, da hing er. Da war er. Der ist auch so richtig schön bescheuert, der Mann. Ich mach's mal. Ich mach's mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020